Musik In der heutigen Folge möchte ich euch gerne einen sehr schönen Knoten zeigen, den Schmetterlingsknoten oder auf Englisch auch Butterfly genannt. Es gibt zwei verschiedene Wege, diesen Knoten zu machen. Ich kann ihn mir um die Hand wickeln. Dazu nehme ich das Seil, wickele es dreimal rum und schaue, dass das eine Ende auf meiner Seite vorne liegt. Jetzt gibt es auch wieder verschiedene Wege, um zu diesem Knoten zu kommen. Ich selber mache es so, dass ich den linken Strang in die Mitte lege und nehme den jetzigen linken und ziehe ihn einmal hindurch. Jetzt nochmal lang ziehen. Damit habe ich jetzt einen Butterfly-Knoten. So, was kann ich mit diesem Knoten machen? Er ist sehr vielseitig. Ich kann zum Beispiel Seilbahnen damit abhängen, weil dieser Knoten in alle Richtungen belastbar ist. Also ich kann es so belasten und habe das Auge hier, aber ich kann es auch so oder so belasten. Wenn ich mir das Ganze um die Hand wickele, bekomme ich immer eine Schlaufe, die so groß ist wie meine Hand. Benötige ich mal eine größere Schlaufe, kann ich diesen Knoten auch anders machen. Dazu mache ich den Knoten auf. Jetzt kann ich mir etwas mehr Seil nehmen und mache das Ganze jetzt im Liegen, zum Beispiel auf dem Boden oder auf dem Tisch. Ich nehme dieses Ende und mache damit eine Umdrehung, sodass ich hier das Auge erhalte. Ich nehme die Schlaufe und gehe jetzt einmal so rum, dass ich es mir durch dieses Auge hindurchziehen kann. Jetzt seht ihr, ist die Schlaufe viel größer geworden. Und so kann ich auch Schlaufen bis zu einigen Metern Länge machen. Das ist dann gar kein Problem. Beachten solltet ihr nur, wenn ihr ein Seil habt, das irgendwo runterhängt, was ziemlich lang ist und ihr habt einen Windangriff und ihr wickelt euch das um die Hand, dass eure Hand nicht stecken bleibt. Deshalb würde es sich dort empfehlen, den Knoten lieber auf die zweite A zu machen, damit ihr euch nicht verletzt. Das war der Butterfly-Knoten oder auch Schmetterlingsknoten. Das war der Butterfly-Knoten. Das war der Butterfly-Knoten.